hallo meine lieben facebook freunde auch dieses jahr möchte ich nicht verpassen euch ein schönes neues 2021 zu wünschen da wir 2020 schon etwas zurückstecken mussten einstecken mussten zurück fahren leider nur negativ sachen wollen wir vorausschauen in 2021 und hoffen dass wir unsere freunde wieder sehen dass wir auftritte machen können dass wir kollegen zehn freunde sehen vielleicht den ein oder anderen facebook freund würde mich freuen da ich reichlich von euch höre möchte ich auch gerne mal den ein oder anderen sehen vielleicht glaubt es 2021 auf jeden fall wünsche ich euch ein super schön gutes neues jahr guten rutsch 2021 dass wir uns weiterhin so gut verstehen so viel hören so viel posten so viel leiten dankeschön eure gloria lässt